Dein ist schon das Eck, kann man schon sehen, die Außenrisse. Ja, stimmt. Egal. Eine Anubiskatze. Hey Leute, ich bin's, der Claudio. Und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde. Ich habe meinen verlorenen Bruder endlich wiedergefunden. Was heißt hier verloren? Moin, moin, servus. Ja, moin, moin, servus. Dicke ist endlich auch wieder am Start, Freunde. Dicke und ich haben uns ja leider irgendwie nicht mehr so oft zum Aufnehmen gefunden, weil wir beide zu viel zu tun hatten. Privat, muss man ehrlicherweise sagen. Aber neues Update und ohne Dicke kann das Ganze oder nicht ablaufen, Freunde, das wisst ihr doch. Und hier haben wir es tatsächlich, das langersehnte Desert Egg Update. Also es wird ein Desert Egg jetzt kommen, also ein Wüstenei wird kommen. Und das Ganze ist tatsächlich auch, oder das Ganze hat auch was mit Ägypten zu tun. Weil wir sehen es schon hinter uns. Hier ist die Swings einfach, ne? Ja, ja. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ja. Ja, das Rätsel, das Swings endet in 13 Tagen. Das heißt, wir müssen ein Rätsel lösen. Freunde, ich habe hier schon tatsächlich auch schon eine Wolfsstatue aufgehoben. Dicke, siehst du die Wolfsstatue noch bei dir? Die liegt hier vorne, wo ich stehe. Nee. Wo ich stehe? Siehst du es nicht, wo ich stehe? Warte kurz, ich komme. Aber siehst du das? Junge, was hast du da für Haare? Siehst du da? Das ist mein Outfit, die Wüste. Die Statue, ja? Ja, siehst du die? Heb sie auf. Anscheinend müssen wir die Statue aufheben und hier reinzuhnen. Okay. Du hast 25 Bucks verdienst. Wow. Okay, Dicke. Wir gehen mal das Ganze jetzt nach der Reihenfolge durch. Weil ich musste das eben machen, Freunde. Ich habe aus Wiesn die Statue aufgehoben. So, wir lesen uns das mal durch. Achlan, kleiner Mensch, schon guten Abend. Achlan heißt ja sowas wie... Es gibt ja das Sprichwort Dicke, Achlau, Achlau oder Sachlau, oder? Ja. Das heißt ja, glaube ich, sowas wie Willkommen, Jani, oder? Richtig, ja. Okay. Hab Geduld, du hast dir noch ein bisschen was vor dir. Es gibt noch weitere Starts. Finde alle zwölf und ordne sie richtig an. Und erhalte das kündig Ei. Oh, Dicke, jetzt heißt es, wir müssen starten und finden und sie richtig anordnen. Aber dann kriegen wir heute schon das Ei? Das weiß ich nicht, aber wir machen es jetzt auf jeden Fall. Freunde, ihr müsst wissen, ich liebe ja so orientalische Sachen und auch... Freunde, ihr wisst ja, ich bin ein Aladin-Fan. Das heißt, ihr wisst ja, ich liebe generell orientalische Sachen und jetzt so ein Wüsteneck mit, mit, ja, mit dem Bezug zu Ägypten. Ey, ist so krass cool. Jetzt sind die Statuen nur jetzt hier in diesem Gebiet oder sind die überall? Bro, das ist eine gute Frage, Dicke. Es gab ja auf Instagram so ein kleines Rätsel, aber ich les mir das nochmal durch Achlan, kleiner Mensch. Einen guten Abend. Hab Geduld, bis noch weiter. Es gibt noch eine weitere Statue. Finde alle 12 und auch dann sich die Anerkennung. Du, das König. Okay. Ja, okay, okay, okay. Jetzt gibt es 12. Ah, guck mal hier. Ah, Dicke. Ja. Komm zu mir. Ich bin da. Guck mal hier. Siehst du das nicht hier? 25 Minuten. Ich glaube, alle Statuen werden hier aufploppen. Nur das nächste kommt halt in 25 Minuten. Also, das ist ein bisschen hart. Also 25 Minuten. Glaubst du? 25 Minuten? Ja, hier steht es doch. Siehst du das nicht? Oh, das wäre schlecht. Das ist recht. Hier ist überall so Staub und so. Ja, genau. Und da haben wir ja die Statue aufkommt. Also, das ist absolut schlecht, Freunde. Das heißt, jede halbe Stunde kommt ja ein neues oder eine neue Statue. Ich dachte, wir können das jetzt für dein Update-Video machen, aber nee. Ja, das heißt, ja, genau, Freunde. Das heißt, vielleicht mache ich es morgen alleine weiter, weil Dicke muss arbeiten morgen. Ich auch. Aber ja, dann nehme ich das Ganze halt alleine weiter auf. Aber das ist halt tatsächlich dann das Rätsel. Guck mal, wie... Aber ich habe mir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen über das Wüsten-Update. Ich wusste, dass das kommt und ich habe mir gedacht, wir können heute ein bisschen quatschen. Das heißt, Ägypten ist bestätigt. Oh. Dicke, siehst du das? Nee, ich bin ganz woanders. Oh, jetzt auf einmal macht das Ei oder das Ei hat so einen Laser-Pointer und zeigt auch die Statue, also auch die Stelle. Wieso? Das war ganz weit schon. Ah, ja, das ist verbunden. Jetzt verstehe ich das. Aber zwölf Stück, warte, ich gucke mal nach. Ja, 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 ja. Ja, und vermutlich sind das auch die Pads tatsächlich. Also macht ja Sinn, oder? Das heißt... Da soll ein Hund dabei sein, ne? Ja, das ist der anscheinend. Siehst du doch hier. Fuchs, Hund, was auch immer. Ja, ja, ja. Guck mal, warte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Okay, elf, zwölf. Das macht Sinn. Ja, das sind zwölf Statuen. Und ein Fisch wird die dabei sein. Okay. Ja, komm mal her. Warum machst du das so eigentlich? Komm mal zu mir, dass man langsamer durchgehen. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ich sage dir mal, was ich mir so aufgeschrieben habe. Ja. Und zwar fände ich es cool, wenn, also ich versuche, Bilder einzublenden, Freunde, aber es wird schwierig, mit Bildern einzublenden. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, also meine Gedanken davor waren einfach, eine Anubiskatze. Ja, weiter. Genau. So ein Mumienpad tatsächlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das Eck in Mumie, also in so einer, wie nennt man das nicht Mumie? Doch, Mumie in dieser. Da ist schon das Eck, kann man schon sehen, die Außenrisse. Ja, stimmt. Egal. Dann würde ich mir wünschen, ein Kamill mit so einem Tuch über den Höckern. Oh, das ist cool. Ja, ne? Ein Drachen würde ich mir auch wünschen. Ein Drachen geht immer. Ja, ich glaube, Dikei, isst du gerade? Nee. Dikei. Du kannst in der Kamera sehen, ich esse nix. Du hast keine Kamera, du bist am Essen. Nee, guck mal, hier gibt es so blaue Schlangen. Ich kann mich nicht beherrschen gerade. Die sind gerade neben mir. Ja, man merkt das, Dikei, und man hört das. Egal. Freunde, dann hoffe ich, gibt es noch eine Schlange, also Snake, ein Vogel, so einen mythischen, oder mythischen, ja doch, mythischen Vogel, ein Baboon mit so einem coolen Gewand oder so. Also Baboon, kennst du Dikei, oder? Nee. Den Affen. Sag mal, wie wird da geschrieben? B-A-B-O-O-N, Baboon. Also ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Ah, ein Pavian, doch, ich kenn den. Ja, Pavian, genau. Ja. Eine Eule würde ich mir wünschen, vielleicht noch so einen antiken Fisch, Skorpion, Fragezeichen, wir haben ja viele Skorpion und Schnecke, Fragezeichen. So, und jetzt können wir den ganzen mal ja ein bisschen auf den Grund gehen und schauen hier. Dikei, was ist das für ein Symbol, was denkst du? Warte, ich komme? Ist das eine Pflanze oder Feuer? Das ist ja richtig schwer, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Pflanze oder Feuer? Egal. Boah, ja, für mich nach einer Pflanze oder nach Feuer aus oder halt ein bisschen wie hier. Es wird bestimmt eine Schlange dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Oder guck mal, hier die Kale. Wie, ach man, wie ist der nochmal? Oder, warte, hier, guck mal. Findest du nicht, dass es irgendwie dieses Art von Muster hat? Genau, das muss ich auch gerade denken. Die Zune, ne? Aber es kam vor kurzem eine. Stimmt, das macht nicht so viel Sinn. So, das ist nicht ein Auge? Ich muss mir jemanden suchen zum Laufen. Wow. Du hast Astronauten, Affen, oder? Egal. Egal, erzähl. Ein Auge. Auge, ja. Oder sieht das nicht aus wie ein Auge? Doch, ne? Ich finde schon, ja. Aber mit Hörner und so. Boah, weißt du, was cool wäre, die K? Wenn wie bei Pokémon Ikognito einfach kommt als Pet. Hä, findest du nicht cool? Das ist ja cool, ja. Freunde, ich blende euch mal hier Ikognito ein, das Pokémon. Vielleicht kennen das auch einige. So, dann schauen wir mal hier vorne weiter. Guck mal, Hörner. Ganz klar, das ist ein Hörner. Ziegel, Löwe, Fuchs. Irgendwas in die Richtung. Ja, vielleicht auch eine Schlange mit Hörnern. Was ist das denn? Das ist, äh, keine Ahnung. Boah, ich muss ja, ich muss irgendwie an, eine Schnecke oder so denken, wobei Schnecke sehe ich da drüben gerade. Ich muss an so ein Wasser-Pokémon denken, was er so auf dem Kopf hat. Ja, kann auch sein. So, hier, ganz klar, Digga, Schnecke, oder? Ja. Ganz klar. Oh, nee, 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 das ist vielleicht ein Schweif von einem anderen Tier. Schweif von einem Tier, ja, aber ich denke, das ist eine Schnecke, Digga, also denke ich jetzt, eine Feder, ja, das heißt, ein Vogel wird kommen, cool. Uh. Dann gucken wir weiter, was war das denn? Ah, warte mal, das könnte doch ein Murmeltier sein. Wie heißt das nicht Murmeltier? Wie heißt das nicht Murmeltier? Gürteltier, sorry, Gürteltier. Ein Gürteltier hat das was mit Wüstung? Ja, kennst du nicht das Gürteltier, das sich so zusammen, das sich so zusammen zuckt und dann so sich dreht und dann nicht angreift? Ach, doch, doch, ja, ja, ja. Ja, wie in Lego Fortnite, weißt du nicht mehr dieses Tier, was uns immer angreift, diese Schnecke? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Das sieht aus wie ein Kackerhaufen. Schneckenhaus könnte es doch sein. Hier haben wir Schnecke, da drüben haben wir Schnecke. Ja, egal, kann doch sein. Okay, das ist, keine Ahnung, was ist das denn? Ist das eine Seifenblase? Sieht aus wie ein Geist oder so, I don't know. Oh, okay, das ist ganz klar, oder? Das ist ein Drache. Das ist ein Känguru. Ach, Nein, das ist natürlich ein Fisch, Freunde. Ich merke, die gehen uns ja im selben Humor. Und das wird ein Skorpion. Skorpion, ja, würde ich auch sagen. Das ist ein Skorpion. Ja, das sind wahrscheinlich die zwei Legendäre, würde ich sagen. Könnte gut sein, so wie, schauen wir, ob es, aber lass uns mal schauen, ob es hier noch irgendetwas oder paar Anzeichen gibt. Nee, tatsächlich nicht. Aber Dicke, was sagst du jetzt zum Update? Freust du dich? Ich freue mich sowieso auf das Egg, ja, das wissen alle. Stimmt, aber dieses Update, das ist jetzt, keine Ahnung, solches, eine halbe Stunde warten und wegen einem. Nein, nein, das nicht. Aber, ja, man hätte besser, besser einen, ich weiß nicht wie, aber mich haut es bis jetzt auch nicht um. Ja, das Ding ist, Dicke, das ist ja auch dein erstes Update, nee? Ja. Oh, ich muss sagen, das Egg ist richtig cool mit der Schlange obendrauf, das ist richtig cool. Bäume steht Rätsel, aber das ist ja gar kein Rätsel, wir müssen einfach nur die Pads reinbringen. Ja, abwarten und die Pads reinbringen. Ja. Das Rätsel ist ein bisschen langweilig gestaltet, muss ich sagen, also da hätten die schon ein bisschen mehr sich Mühe geben können, also das ist ein bisschen schwieriger für uns, ich meine, dass wir ein bisschen durch die Stadt laufen müssen, weil wenn wirklich die Stadt und alle hier spawnen, das sieht auch so aus, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja und drüben auch sechs, ja. Wow, die Stadt sind hier vorn. So, wann kommt das neue? 16 Minuten. Wir können höchstens jetzt noch kurz Pause machen und auch das nächste warten oder wir überraschen die Leute am morigen Zeit. Ja, ich würde sagen, ich nehme das auch auf und zeige euch das doch mal, Freunde, ja, ich schaue mal, ob es in der Mitte noch was gibt, meistens, dieke, ist es ja so, dass in der Mitte, ja genau, du siehst es hier, du siehst es hier. Ich komme, warte. Hier vorne ist so eine riesige, boah, wie nennt man das so ein, nicht Leinwand, boah, keine Ahnung, mal so eine Flagge oder so und dann steht da halt Desert Egg in Six Days, das ist so typisch in Adopt Me, dann wird es nach und nach so immer hier ein paar Update-Sachen geben, also war zumindestens war es so bei den alten Updates, Freunde, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass hier auch thematisch Sachen umgeändert wurden, ich meine gut, haben die jetzt gemacht, die haben einen riesigen Berg und so gemacht, aber, ich würde sagen, an sich. Also bin ich auf dem Private Server? Wir sind auf dem Private Server, wieso? Guck mal her. Ja. Oh, Ole ist hier, lol. Also Freunde, wer Ole nicht kennt, Ole ist der Gewinner von, ach, ich habe wahrscheinlich den Private Server aufgelassen, DK. Achso. Oh, ich habe den Private Server angelassen, Freunde, ihr seht, hier ist ein Zuschauer von uns, ganz, ganz lustig. Ole, weißt du, ach, du kennst Ole noch gar nicht, DK. Ole hat 529 Tage jeden Tag sich eingeloggt, das habe ich gesehen. Und weißt du, was das krass an Ole ist, DK? Dass er sich 529 Tage eingeloggt hat? Er hat, sich 529 Tage eingeloggt, wie war's denn? Er hat eine eigene Stadt nachgebaut. Das Video wird noch kommen, du wirst deinen Augen nicht trauen, DK. Ja. Ich gehe alleine rein. Okay, Freunde, hier an dieser Stelle beende ich das Video und ich schneide euch doch am Ende rein, wie die Starts von, also am Ende, wie ich das rätselöse sagen wir es mal so und dann seht ihr, ob ich das Eck öffnen kann oder nicht. Ich denke mal nicht, ich denke, ich kriege das Eck, aber ich kann es nicht öffnen. Freunde, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut bei DK nochmal ab, was es da für so Videos gibt, denn da kommen auch Videos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.